Hallo, herzlich willkommen in der Stadtverwaltung Cottbus. Mein Name ist Kai Hafenstein. Ich leite die Stabstelle Sport und möchte euch heute gern in dem Verwaltungsgebäude rumführen und die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Was ist hier los? Einen Moment bitte. Na, ich mache mich schon mal fit. Wir wollen doch gewinnen. Zwei Jahre müssen wir aufholen. Habe ich was verpasst? Zwei Jahre? Egal, mach weiter. So, ihr seht, die Stadtverwaltung ist auch immer für Überraschung gut. Jetzt geht es um die Arbeit. Wir stecken mitten im Transformationsprozess. Und... Was ist mit dir los? Mach mit! Warum? Was geht? Na, die fünf Kilometer laufen sich doch nicht von alleine, Kai. Welche fünf Kilometer? Wir müssen uns fit machen für den DRK-Fürmenlauf am 8. September. Das habe ich ja völlig vergessen. Ja, laufen könnte ich auch mal wieder. Bis später. Also, ihr seht, die Messlatte liegt sehr hoch in der Boomtown Cottbus. Nehmt auch ihr die Herausforderung an. Geht zum DAK-Fürmenlauf am 8. September. Und ist nicht schlimm, wenn ihr langsamer seid als wir. Untertitelung auf jeden Fall wunderschön. Und zwar geht es bestimmt. Wunderschön! Vielen Dank.